So Leute, ganz am Anfang muss ich euch was trauriges erzählen. Tatsächlich das letzte Video, was ich aufgenommen habe, da habe ich vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ich zeige euch mal, was ich gezogen habe. Die hier. Ich habe einfach vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Aber naja, ich wollte euch wenigstens diese schöne Ur-Palker-Fauster-Karte zeigen. Aber heute geht es hier um was anderes. Und zwar geht es heute natürlich um die Lurak-Jagd, die ich ja eigentlich einmal im Monat machen will. Jetzt müssen wir echt mal gucken, was machen wir. Eigentlich kann ich nicht mehr so viel Geld für Pokémon-Karten ausgeben. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch noch ein bisschen mehr ansparen möchte für ein Haus und so. Aber wenn ihr fleißig diese Videos hier guckt und auch dem ganzen Like und Kommentar gebt, dann könnt ihr über die Werbung halt ein bisschen Geld reinknallen. Und dann über die Werbung stecke ich natürlich das Geld dann hier wieder zurück. Aber jetzt, heute kümmern wir uns darüber. Wir machen heute eine Lurak-Jagd. Wir wollen die Altart ziehen. Ähm, und deswegen, die letzten Male hat ja Deutsch und Englisch hat nicht gegönnt. Also schauen wir mal, ob Japanisch heute gönnt. Ne, wenn wir das, ich hab ja, ich hab ja nicht meine Challenge, äh, oder meine Chase-Karte darauf. Ähm, ja. Ah, ich hab ja nicht das Ganze begrenzt auf die Sprache, ne. Ich hab ja gesagt, dass ich generell die Karte haben möchte. Und einmal im Monat öffnen wir was, um die zu, zu ziehen. Aber ob wir die... Ey, ich bin zu dem, nicht den Booster zu öffnen. Das ist bei Japanischen immer so. Die sind einfach schwieriger zu öffnen, Leute. Wirklich. Ich sag's euch. So. Aber, deswegen hab ich mir gedacht, komm, wir gönnen uns die mal. Und dann gucken wir mal. Oh, der sieht nämlich auch hinten. Sieht der Rand natürlich auch geil aus. Ich glaub, es ist tatsächlich eine nach vorne. Ich weiß es nicht. Ne, das ist die Ankammen. Wenn das die Ankammen ist, dann ist ja eigentlich theoretisch... Ist es dann drei nach vorne? Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall. Oder ist eine der Hit? Na, dann wär's ja schon mal geil gewesen. Wir gucken mal. Ja, guck mal, da ist die Kammen. Kammen. Es ist tatsächlich der Hit, ne. Eine, genau. Ich hab tatsächlich den Hit nach vorne gemischt. Ja, geil. Good Job, Phil. Erster Booster. Schon mal ein richtiger Fail. Good Job. Okay. Okay, okay. Also wir dürfen bei denen nix nach vorne gemischen. Da ist tatsächlich dann... Also eigentlich der Hit schon hinten. Meine Güte, ey. So krieg ich das jetzt hier auf? Oder... Ja. Also das ist wirklich... Oh, die sind aber wirklich schwer zu öffnen. Da gehen die anderen Packungen leichter. Ne? Also beim Öffnen von Packungen, das muss halt eben... Das muss eine gesunde Mischung sein, Leute. Das darf nicht zu leicht gehen. Dann fühlt es sich fake an. Es darf aber auch nicht zu schwer gehen. Dann hat man einfach... Ey, ich bin zu dämlich. Dann hat man einfach das Gefühl... Ey, das ist ja unglaublich. Hab ich eine Schere? So. Also. Das ist mir zu düssig. Machen wir das per Schere. Das ist ja teiltämlich, ne? Ich glaube, ich habe hier noch nie per Schere geöffnet. Aber gut. Egal. So. Gucken wir mal. Was haben wir jetzt? Oh, das Tauboga. Es ist so wunderschön. La vita. Und da ein Flampivian. Und ziehen wir jetzt auch nochmal einen Hit? Ne. Nischt. Nischt, Leute. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber wir haben noch vier Booster. Komm. Vier. Vier geht noch, ne? Sind zwar nur fünf Karten drin. Aber so ist das halt eben bei den... ...japanischen Boostern, ne? Ist halt doch trotzdem die Frage. Ziehen wir was? Glumanda. Ja, Glumanda vorne, ne? Das ist doch schon mal gut. Zickzack. Ha, 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 ha. Was? Okay. Also wir haben Glurak gezogen. Aber nicht das Glurak, was wir eigentlich suchen. Aber wir haben tatsächlich ein Glurak. Und noch das. Aber wir haben tatsächlich ein japanisches Glurak gezogen. Okay, ich gebe es zu. Damit habe ich nicht gerechnet. Ähm. Das. Ja. Es ist Glurak X. Es ist auf japanisch. Es ist jetzt nicht das Glurak, was wir ziehen wollten. Aber dass ich tatsächlich dann doch jetzt mal hier Glurak ziehe raus. Ob zieht ihr an Flammen? Oder in dem Fall ist es ja eigentlich ein anderes Set. Ähm. Ja. Ist natürlich schon mal ganz, ganz cool. Ganz cool. Das ist richtig nice. Glurak X zu ziehen ist nice. Ganz einfach. So. Ach. Nein. Wir haben eine Schere geholt. Und wenn die Schere da ist, dann können wir die Schere auch nutzen. Zwei Booster noch, Leute. Zwei Booster. Also der Hit, der hat mich wirklich überrascht. Nicht mit gerechnet. Aber ich lasse mich gerne weiter überraschen. Gerne, gerne weiter. Taub sie. Fragrunz. Als die erste Ankammeln. Und dahinter noch eine Ankammeln. Okay. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Also japanische Booster öffnen ist einfach was anderes, ne? Es ist was anderes. Also wir haben noch zwei. Oh, ich dachte, wir haben bloß noch einen hier. Aber nee. Tatsächlich noch zwei Hits. Äh, zwei. Zwei Booster. Im besten Fall natürlich dann auch zwei Hits. Aber. Ihr wisst, wie das ist, ne? Manchmal ziehst du was, manchmal halt eben nicht, ne? So. Schauen wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt die Jagd hier. Und ihr findet das schön. Das ist übrigens ein sehr süßes Pi. Und wenn ja, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Oder ein Likey. Das Stadtgeschäft. Ankommen. Jetzt bin ich mit der... Jetzt bin ich auf die Reverse. Jetzt bin ich da so... Äh, so angefixt, ne? So, so... Also das... Jetzt möchte ich das natürlich gern weiter so schön haben. Das ist übrigens schon die letzte Karte. Ich bin hier... Guck mal. Ich hatte irgendwie das noch so im Gefühl, als ob da noch eine ist. Ach komm. Ach komm. Ein Hit wäre noch schön. Ich meine, ich finde es natürlich cool, dass ich trotzdem aus den japanischen hier das Glurak jetzt ziehe. Aber trotzdem... Würde ich mir ja noch wenigstens über einen weiteren Hit freuen, ne? Wir wollen mal nicht ungrateful sein hier. Nicht undankbar sein. Oh, da ist was. Ja, Despotar EX. Na, das ist doch mal was. Und dahinter? Oh, ein wunderschönes Winona. Aber Despotar EX. Siehste, zwei Hits haben wir rausgezogen. Zwei japanische EX hier. Die Glurak-Jagd, sie geht natürlich weiter. Aber trotzdem hier ziemlich cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde dir noch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.